Badao, badao, badao. Links. Lalalala, ich liebe es, hier in der Stadt rumzulaufen. Das hat mir in Zeitung 3 viel zu sehr gefehlt. Okay, das Radio geht los. Aber wir haben noch kein Radio. Aber jetzt bekommen wir eins. Im Hintergrund. James. Hallo. Ja, da ist es. Ja, der Kameramann geht noch mal ordentlich ran. Oh mein Gott, oh mein Gott, es wird uns töten. Denn es hat keine Arme. Aber es wird uns töten. Aber wir haben ein Holzstück. Da hat das Monster ja gar keine Chance mehr. Na, ich... Ah ja, gut. Du hast es kaputt geschlagen. Wahrscheinlich ist es tot. Du bist aber ein Blitzmerker. Was sagst du denn zum Monster? Nichts. Was sagst du zur Leiche? Hier liegt eine Leiche, das weiß ich. Ah, okay. Oh ja. Ein Radio. Schnell, lass uns verschwinden. Ich habe ein Radio eingegattert. Ja. Dieses Ding kaputt. Wattde? Wattde? Das hört sich so japanisch an. Wattde? Äh. Gut, wir haben das Radio. Ah, und wir haben blutende Fußabdrücke. Zumindest drei davon. Und wir gehen den gesamten, langen, interessanten Weg zurück. La, 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 la. So, okay. Wo sind wir? Nathan Avenue. Hier ist sie. Äh. Hier müssen wir hin. Rosewater Park. Aber mich nervt im Moment dieser Heiltrank, der da liegt, den ich nicht finden kann. Ich melde mich zurück, wenn ich ihn habe. Hey Leute, ich habe den Heiltrank gefunden, aber es ist nicht der, den ich suche. Aber hier liegt einer. Tada. So, ich melde mich wieder zurück, wenn ich ihn habe. Hallo Leute, ich bin wieder zurück. Ich habe zwar keinen Heiltrank gefunden, aber ein Erste-Hilfe-Päckchen. Und ich glaube, es ist auch, was ich meinte. Hier beim Flower Shop. Hier auf diesem Tisch lag es. Und da ist wieder einer unserer, äh, mit unserer uns ankotzenden Freunde. Da ist noch einer. Die sind ziemlich langsam, also die kann man wirklich alle ignorieren. Wobei der Nacktkampf gegen die, im Nacktkampf gegen die würde ich empfehlen, einfach so schnell zuzuhauen, wie man kann. Bevor sie überhaupt dazu kommen, zu spucken. Weil das ist die einzige Art und Weise, wie sie einen verletzen können. Ich wurde aber auch gerade verletzt und sah psychisch. Denn hier ist der Weg versperrt. Äh, wo ist das? Center Street, hier unten. Also, durchsuchen wir noch ein bisschen die Stadt. Hier gibt es immer was zu finden, wirklich. Wir könnten zum Beispiel mal, ich habe jetzt gerade Bock, äh, ein Trinken zu gehen. Und weil Silent Hill ja so eine große Kleinstadt, Kleinstadt ist, ähm, gibt es hier auch eine Bar. Und zwar, Neelys Bar. Hier, wir sind Neely da. Ja, ähm, hier auf der rechten Seite. La, 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 hier die Bar. Nein. Ah, okay, hier ist er. Ha, der alte Neely. Nein, warum? Ist das die Tür? Ja, das ist die Tür. Und hier liegt eine Karte. Was ist das für ein Symbol am Ende von Martin Street? Badau! Gedankenübertragung. Ein Fragezeichen am Ende der Martin Street? Und ein Kreis um die Woodside Apartments? Ich konnte es nicht lesen. Hier war ein Loch. Jetzt ist es weg. Punkt. Okay, gut. Es ist zwar nett von der Reparaturfirma, dass sie das Loch repariert haben, aber so können sie das Fenster im Prinzip direkt neu machen. Ist schon eine blöde Sache. So, wir, wir brechen auf zur Martin Street. Guck, unsere Füße laufen schon. Jetzt laufen wir auch mit. Mit unserer epischen Holzplanke des Wahnsinns. Das passt sogar. Und... Ah! Speed Fuel Corp. Okay, die haben irgendwas mit Öl und Speed am Hut. Überhaupt keine netten Menschen. Ah ja, okay. Hier ist ein Heiltrank. Ich werde alle Heiltränke, die ich finde, in der Stadt einfach so finde, auf der Karte zeigen. Also hier, Eingang Sender Street, rechte Seite. Ich will mich gerade richtig überlegen, weil ich das Spiel kenne. Wisst ihr noch? Das ist eine Mülltonne. Nein. Oh je. Was treibt der Wicht für Schabernack? Hä? Das war eine Sackgasse. Nein. Gut. Ich wollte gerade sagen, das war doch eigentlich eine Sackgasse. Normal passiert es nicht, dass man... Ah, ein Käfer! Oh mein Gott, der Käfer zieht mir Leben ab. Da gehe ich lieber weg vom Käfer. Ja, ja. Da hat sich ein Bug ins Spiel eingeschlichen. Im wahrsten Sinne des Wortes... Wo ist das... Hier wieder der rote... Der rote Bus. Das wäre schon farbenblind von dem Bus. Ah. Atmosphäre-mäßig... Sehen wir den jetzt mal. Steh auf. Seht ihr hier meine Taktik? Einfach drauf gehen. Drauf zu gehen. Und gleichzeitig zu hauen. Dann noch einmal reintreten. Mächtig in den Puppes. Und er ist tot. Genau wie dieser Herr hier. Ist das ein Mensch? Ich meine, das Gesicht ist ja nicht gerade nett. Ich habe den Schlüssel zum Apartment. Klar. Der Schlüssel ist ja das erste, was einem auffällt, wenn man sich dieses Bild anguckt. Sag was zur Leiche. Hast du nichts? Ey, der hat wirklich nichts zur Leiche zu sagen. Er geht in eine Stadt, die er für friedlich hält. Findet eine Leiche. Hat nichts dazu zu sagen. Ja, ja. Die... Die hat ein kleines Nickerchen da gemacht. Boah. Leichen auf der Straße. Wir sind in Amerika. Hiho. In Amerika gibt es auch Heiltränke. Einen unter anderem hier. Martin Street, linke Seite. Ziemlich gut versteckt eigentlich. Eigentlich nicht. Und schon wieder kommt dieses Kribbeln in meinen Bauch, weil ich mich total überlegen fühle, weil ich dieses Spiel kenne. Und trotzdem auf die Karte gerade schauen muss. Ja, Woodside Apartments. So hießen sie tatsächlich. So heißen sie immer noch. Und so werden sie auch immer noch heißen, wenn wir dort angekommen sind, der weiße Bus. Ich habe da so eine Theorie. Es gibt bei Silent Hill, in Silent Hill so eine Firma, die hat so eine Art Monopol. Und die stellt nur weiße Büsse her. Und Autos. Ne, das sind Touristen. Aber die Einwohner dürfen nur im weißen Bus fahren. Oder sie werden von dem Monster nicht als Einwohner erkannt und gegessen. Ich meine, wenn sie als Einwohner erkannt werden, werden sie trotzdem gegessen. Aber... Es geht ums Prinzip. Ich habe den Schlüssel zum Apartment benutzt. Das ist das Apartmenthaus. Unser erster Innenlevel, nenne ich es mal. Ich glaube, ich habe nichts übersehen bis hierhin. Nichts Wichtiges auf jeden Fall. Hier ist ein Heiltrank direkt im Foyer. Und hier sind Briefkästen. Was habe ich denn da drin? Ah, okay, ich habe einen Brief von meiner toten Frau bekommen. Äh, nicht ich, aber der, der hier wohnt. Also, es passiert ja öfter. Das war die erste Folge Let's Play Silent Hill. So, jetzt habe ich es. Mann, 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 Mann.